Drück einfach. Gedrückt. Hallo zusammen. Einen wunderschönen. Guten Tag. Hier sind die... Kläuse. Die Klaus-Sätzigen... Die Klaus... Die Spießer. Die Klaus-Sätzigen Spießer. Das ist nicht schlecht. Tja. Und wir reden heute über... Fotografie. Persönlichkeitsrechte. Ah ja, genau. Das war das Thema. Das war das Thema. Und ich lese jetzt mal was vor. Oh je. Dann lese ich nichts vor. Na doch. Also das Problem bei dir, Klaus, ist, wenn du anfängst vorzulesen, dann wird das wie das eine Mal, wo wir da aus dem Gesetz vorgelesen haben. Und das war... Also das hat selbst mir wehgetan. Dann erzähle ich doch einfach mal von meiner Rückengymnastik. Zum Beispiel. Mach das mal. Also erstmal vielen Dank, liebe Gabi, dass ich keinen Rückenschmerz mehr habe. Also, ich besuche einmal die Woche eine Rückengymnastik. Da sind relativ viele im Sportverein tätig. Und die haben jetzt alle Panik. Sie können nämlich bei ihren Sportveranstaltungen angeblich keine Bilder mehr machen, ohne von allen die Einwilligung zu holen. Ja. Die Welt liegt unter die Datenschutzgrundverordnung, hat wieder zugeschlagen. Genau. Vorher war nämlich alles anders. Da durfte man alles machen und muss niemand fragen. Zusätzlich kommt dann noch dieser nette Satz. Ab einer bestimmten Anzahl von Leuten auf einem Foto muss man auch niemanden mehr fragen. Ist auch ganz fantastisch, aber niemand weiß, wo dieser Satz eigentlich steht und wie viele Leute es sein müssen. Doch, ich weiß das. Und zwar ab 34.268 Personen. Auf einem Foto. Okay, gut. Wo hast du das jetzt her? Ist dir gerade aus der Tüte gefallen, oder was? Nee, das würde dazu passen. Die würden mir das glauben. Sie ist, glaube ich, empirisch erfasst worden. Was jetzt ganz interessant ist, ist natürlich, viele Sportvereine oder Veranstaltungen gehen jetzt dazu über bei der Anmeldung. Also bei so freien Wettbewerben. Die Leute müssen auch unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind, dass sie fotografiert werden vom Veranstalter. Ist ja eigentlich auch erstmal okay. Hätte man aber auch davor machen müssen eigentlich. Ja, weiß man nicht. Aber, sag mal so, ein großes Problem ist natürlich, selbst wenn das so wäre, müssen wir noch ein bisschen auseinandernehmen, weil ich glaube da noch nicht so wirklich dran. Also in der Datenschutzgrundverordnung steht dazu eigentlich nichts. Die Thematik dann, selbst wenn die von jedem eine Einwilligung haben, was passiert, wenn der die Einwilligung oder diejenige die Einwilligung im Nachhinein zurückzieht? Da wollte ich später nochmal drauf zurückgehen. Kommen wir dann zurück, würde ich auch sagen, wir sind erst nochmal beim Thema greifen, weil ich habe auch wieder meinen Input hier gefunden. Also einerseits finde ich das erstmal, ist das sowieso selbstverständlich. Wenn ich als Veranstalter zum Beispiel von einem Radrenn Bilder mache, die Bilder unter Umständen auch veröffentliche und 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 auf meiner Webseite, dass die Leute, die da in Großaufnahme auf ihrem Fahrrad zum Beispiel sitzen, dass die gefragt werden, das sehe ich eigentlich als selbstverständlich an. Das sehe ich nicht, weil ganz im Ernst, das kannst du nicht händeln. Dann sagst du dann dem Fotograf, wie willst du das markieren? Dann sagst du dir, die, die jetzt ein rotes, spitzes Hütchen aufkriegen, die haben Nein gesagt, die darfst du nicht mehr fotografieren. Die anderen können beim Rennen nicht mitmachen. Ach so. Nutzungsbedingungen. Ja, das ist natürlich auch cool. Dann sagst du, nur weil du deine Persönlichkeitsrechte wahrnimmst, darfst du bestimmte öffentliche Veranstaltungen nicht mehr wahrnehmen. Das ist auch cool. So, ja, jetzt geht es ja noch weiter, ja. Ich habe nämlich dann überlegt, klar, das wäre ja jetzt eine Möglichkeit, das so zu machen, aber führt das nicht eigentlich zu einem Berufsverbot, zum Beispiel von einem Fußballspieler in der Bundesliga, wenn der sagt, er möchte nicht mehr das Bild von ihm veröffentlicht werden? Das ist doch faktisch ein Berufsverbot, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ja, das ist Koppelung. Das ist im Prinzip ein Koppelungsgeschäft. Ein Verbot ist Koppelungsgeschäft. Und das gegen das Koppelungsverbot, verstehst du. Du siehst, die Datenschutzkonferenz macht schon… Wie fangen wir jetzt das Tiefen an? Das ist schon wieder ein. Ich sag's mal, ich will mal kurz sagen, wie ich das jetzt mehr oder weniger als Laie im Gegensatz zu euch das sehe. Beim kleinen Verein, der eine Veranstaltung macht, ob das jetzt ein kleines Radrennen ist mit vielleicht 50 Teilnehmern oder so, was sie veranstalten, habe ich überhaupt keine Probleme damit, dass die so eine Koppelung machen. Ja? Weil niemand ist gezwungen in, was weiß ich, Kleinkleckersdorf das 10 Kilometer Fahrradfamilienren mitzufahren. Ist niemand gezwungen. Und das tut auch niemandem weh, wenn er daran nicht teilnehmen kann. Aber jetzt sag ich mal die Gegenargumentation, so aus meiner Sicht. Wenn du an öffentlichen, wir reden von öffentlichen Veranstaltungen, Veranstaltungen, wo jeder daran teilnehmen kann. Also nicht irgendwie die Firma macht irgendwas oder ich mache irgendwie einen Geburtstag oder irgendwie so. Sondern es ist eine öffentliche Veranstaltung, jeder kann daran teilnehmen. Dann muss jedem klar sein, dass, wenn ich an einer öffentlichen Veranstaltung, auf einem öffentlichen Platz zum Beispiel oder sonst wie unterwegs bin, dass da jemand mal Fotos macht. Wenn ich das nicht will, weil ich jetzt irgendwie fotoallergisch bin oder sterbe, weil ein Bild von mir in der Zeitung ist oder sonst was, darf ich da halt einfach nicht hingehen. Also erstens, Journalisten sind sowieso ausgenommen. Die Privatleute, wenn ich als Zuschauer ein Foto mache, solange ich das nicht veröffentliche, darf ich das sowieso machen. Es heißt, es geht wirklich eigentlich nur um die Veranstalter, die zu Reklamezwecken auch für ihre Veranstaltung für nächstes Jahr Fotos machen. Zum Beispiel, ja. Die sichern sich eigentlich dadurch ab. Und dann muss ich echt fragen, ist denn so ein Rennen überhaupt eine öffentliche Veranstaltung? Ja, aber dann jetzt langsam. Also jetzt hast du ja schon eingegrenzt, um was für genau, um was für Bilder es geht. Also es geht jetzt nicht um die Bilder hier von jedem Teilnehmer oder den Zuschauern so drumherum, sondern es geht speziell um den Verwendungszweck. Ich möchte als Veranstalter für nächstes Jahr Werbung machen. Da kann ich natürlich selektieren. Da kann ich hingehen und kann die Leute, das sage ich hier auch immer einen schönen Ausschnitt hier von der Fanmeile da haben oder so, keine Ahnung. Von Fußball irgendwie, da stehen halt immer die Frankfurt-Eintracht-Fans. Und da könnte ich natürlich schon hingehen und sagen, okay, für so einen Zweck kann ich mir entweder Leute engagieren, die so Jubelperser-mäßig sich da hinstellen und die Welle machen. Oder die Leute fragen, ich habe hier fünf Bilder gemacht. Hat jemand was dagegen, dass dieses Bild veröffentlicht wird? So ab einer bestimmten Größe, wie war die Zahl, 38.453, irgendwas Leute, muss ich das nicht mehr, weil das ist ja unverhältnismäßig viel Aufwand, ist klar. Da bin ich ja bei dir, das ist ja alles noch irgendwie, da geht es um ganz eingegrenztes Ding. Aber wo die ja jetzt hier rumwettern, ist ja, ich darf am Brandenburger Tor nicht einfach mehr in die Menge ein Foto machen und das als Fotograf auf meiner Webseite veröffentlichen. Ja, das ist aber genau dieselbe Regelung eigentlich wie vorher. Wenn das Beiwerk ist, bitteschön, warum nicht? Also ich versuche jetzt nochmal hier was vorzulesen. Ich könnte jetzt mal vorlesen, ja, weil wir haben heute gechattet und ich habe gepostet ein Cover von einer Fotozeitschrift. Auf der Titelseite Fotos verboten aus Datenschutzgründen. Ja, die Datenschutzgrundverordnung. Es gibt jetzt eine neue Rubrik Fotorecht. Gab es das vorher auch schon in Fotozeitschriften, dass die jetzt eine Rubrik Fotorecht haben? Ja, im Prinzip ja, weil das immer wieder Diskussion war. Okay, dann wäre wieder eine These zu dem, es ist nicht neu, ja, definitiv, jetzt muss ich nur das Titelbild hier finden. Wie kann man da auf die Titelseite blittern? Da kommen wir jetzt langsam näher. Nee, besser, Titelseite ist Fotografen im Knast, DSGVO, was die neue EU-Datenschutzregeln für Fotografen bedeuten und das andere war die Innenüberschrift. Der Artikel, wenn man liest, ist gar nicht so falsch, aber das ist genau das Problem im Umgang mit dem Thema. Also einmal ja, es ist nicht neu. Die Datenschutzgrundverordnung hat gegebenenfalls in manchen Punkten damit zu tun. Allerdings erschließt sich das einem nur, wenn man sich ein bisschen mit Datenschutz befasst und es hilft, wenn man sich vorher schon mit dem Thema befasst hat. Weil ansonsten kann man sich da wirklich verhettern, denn ich hatte eine Diskussion letztens mit Fotografen, die dann angefangen haben. Ja, ich habe ja eine Digitalkamera und einen Digitalsensor und sozusagen der Sensor macht eine Datenverarbeitung und speichert das. Immerhin spricht dafür, dass Fotografen noch wissen, wie ihr Handwerkszeug funktioniert. Aber da fängt es an, sich zu verhettern. Also das ist sozusagen nicht Regelungsgegenstand der Datenschutzgrundverordnung, sondern ein Thema ist hier recht am eigenen Bild. Da hat sich im Prinzip nichts geändert und da gibt es auch das Thema Öffentlichkeit. Da gibt es auch entsprechende Rechtsprechung, was das wesentliche Objekt ist und so weiter. Dann gibt es auch Regelungen, wie du im Umgang mit Presse hast. Dann hast du das Thema Privatfotos. Was definitiv ein Thema ist, wo man diskutieren kann, ist, dass was in den sozialen Medien, also Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter passiert, da sind durchaus Verfehlungen dabei von Nutzern, die sich da keinerlei Gedanken machen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt Datenschutzrecht, sondern das ist ein Grundprinzip und das ist mehr so ein, wie nennt man das, Ethik oder so ein Umgangsregeln oder guter Ton oder wie gehe ich miteinander um. Also die Problematik, die gibt es natürlich auch auf der Fotoebene. Aber formal jetzt von dem Erlaubnis einholen, wie gesagt, nichts geändert. Ich kenne das jetzt nur, also Gegenbeispiel, öffentliche Veranstaltung. Ich mache da ab und zu mal bei so einem Triathlon mit und die haben schon von Anfang an eine Einwilligungserklärung und zwar bei dem Thema, wenn du dich anmeldest, musst du angeben, bestimmte Daten. Zum Beispiel die T-Shirt-Größe zum Zweck, du kriegst hinterher so ein Finisher-T-Shirt und dann gibt es da drunter ein Feld, ich möchte, dass mein Zielfoto, Zieleinlauffoto veröffentlicht wird. Weil das ist sehr gut automatisiert, du hast ja da Sensoren, also es ist nicht so, dass da eine mit der Stoppuhr irgendwo rumsteht, sondern bei so Großsportveranstaltungen, ich weiß es nicht, ist das schon groß mit 500 Teilnehmern oder 600, ja. Größeren Sportveranstaltungen ist das alles durchautomatisiert und diese Dienstleister, die haben das standardmäßig schon eingebaut und das seit Jahren. Ich gehe auch davon aus, dass die jetzt mit der DSGVO kein großes Problem haben, die haben maximal irgendwelche Texte ausgetauscht, damit sie einen Hinweis auf die richtigen Regeln machen. Also das geht durchaus üblicherweise zu sagen, das Foto wird dann automatisch veröffentlicht und damit bist du einverstanden. Die haben auch das andere Thema, da machst du keine Einwilligungserklärung, dass die einen Fotografen engagieren, der in dem Wettbewerb fotografiert. Und da gibt es dann eben die Unterscheidung sozusagen, bist du da ein Beiwerk oder bist du quasi als Person drin? Und zum Thema Öffentlichkeit gibt es auch viel Rechtsprechung für, wenn du eine Person öffentlichen Interesses bist, dann gibst du auch einen Teil von deinem Datenschutz an der Tür ab. Also das ist so ein Thema, gab es aber auch vorher, hat mit Datenschutz zu tun, ist aber jetzt auch durch die DSGVO nicht anders. Okay, vielleicht im Einzelfall könnte man probieren, ob dort sich die Rechte zugunsten der Betroffenen ein bisschen verändert haben. Habt ihr jetzt schon mal aus einer sachlichen Sicht auf das Thema geguckt? Ja, also ist es im Prinzip doch wieder genau das, was wir schon ein paar Mal jetzt so miteinander hatten. Die Datenschutzgrundverordnung bringt die Leute dazu, sich mit dem Thema wieder mal zu beschäftigen. Also mit Datenschutz im Allgemeinen und vielleicht auch hier und da im Speziellen. Es sind ein paar Sachen drin, die man auch merkt, also gerade im Sinne Transparenz gegenüber den Betroffenen, also deren Daten es geht und so weiter. Da steht schon ein bisschen mehr drin, wie im Bundestag ein Schutzgesetz vorher so verankert war und das ist natürlich eine öffentliche Diskussion. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass so diese eigentlich schon total abgekrauten Dinge, wie gehe ich jetzt mit Fotos in öffentlichen Veranstaltungen um? Oder dann auch in speziellen Geschichten, wie ich kenne das halt so aus Kindergärten, wo die Eltern natürlich einwilligen müssen, ob Bilder von den Kindern dann letztendlich auf einer Webseite vom Kindergarten oder von der Gemeinde mit veröffentlicht werden dürfen und so. Das kann man alles nachvollziehen. Aber dann fängt man genau da wieder an und hat dann so ganz schlimme Auswüchse. Also den schlimmsten Auswüchse hatte ich heute irgendwie beim Durchgucken mit diesen Artikeln. Ist das das, was ich hier sehe? Ja, Entschuldigung. Nicht mein hier. Das war irgendwie so eine Twitter-Geschichte, ist dann hochgepoppt in mehreren Medien da im Internet. Nämlich Artikel 13, die Welt geht unter die Datenschutz-Grundverordnung, wird uns alle in die Hölle treiben und so. Filter, die jetzt eingebaut werden müssen, um bestimmte Inhalte aus dem Internet irgendwie rauszuhalten und so. Und ich denke die ganze Zeit, was Datenschutz-Grundverordnung, Filter im Internet, was ist das? Und dann hat dann einer auf YouTube ein Video, das geht gar nicht mit der Datenschutz-Grundverordnung und hat da rumgewettert und so. Und ich denke die ganze Zeit, was ist das? Ja, Artikel 13, das ist irgendwie auch Transparenz gegenüber Betroffenen und so weiter und so fort. Also ein paar ganz allgemeine Geschichten. Was hat das mit Filterregeln im Internet, automatisierte Filtern im Internet zu tun? Und dann kommt dann so eine kurze Recherche raus, die meinen Artikel 13 oder haben nicht den Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung gemeint, sondern Urheberrecht. Die neue EU. EU-Urheberrecht, da ist jetzt irgendwie auch wieder eine Novelle, die jetzt irgendwie im Oktober. Genau, Uploadfilter, das war das Thema und das soll irgendwie jetzt im Oktober wohl irgendwie durch. Und da sind sie jetzt in der ersten, zweiten, dritten, keine Ahnung wie, Lesung. Und da geht es natürlich schon darum, seine demokratischen Rechte da auch wieder markiert. Also es ist schon auch eine Sache, wo man mal gucken muss, hat aber mit der Datenschutz-Grundverordnung gar nichts zu tun. Was witzig ist an solchen Dingen ist, dass allein dieses DSGVO, dieses Datenschutz-Grundverordnung, da kriegt jeder Pusteln. Und dann haut da jeder irgendwie mit der Axt drauf rein, ohne irgendeinen Bezug dazu zu haben. Und das war da sehr markant, weil das drei, vier genauso übernommen haben. Das hat nichts mit der Datenschutz-Grundverordnung zu tun gehabt, aber da hat dann der nächste ein YouTube-Video gemacht. Und ja, das geht überhaupt nicht. Und dann die Kommentare dazu, ganz, ganz übel. Und stellt sich raus, hat überhaupt nichts mit der Datenschutz-Grundverordnung zu tun. Also das ist da dann auch so. Eigentlich hat sich nichts geändert. Das ist genauso wie vorher. Das war im Bundesdatenschutzgesetz auch schon so. Und Urheberrechte sind woanders da geregelt. Aber die Datenschutz-Grundverordnung ist jetzt halt dran schuld, weil Fotografen ihren Job verlieren. Aber trotzdem, was natürlich extrem positiv ist, die Leute denken überhaupt mal wieder drüber nach. Jetzt gerade, was du erwähnt hast mit diesem Kindergarten, dass da die Einwilligung der Eltern da ist. Da ist jeder dabei, ja klar, das ist richtig und sinnvoll. Dass das auch in der Schule richtig und sinnvoll ist, ist auch jeder dabei. Aber schon die Kinder, die im Tischtennisverein ist, warum muss man da jetzt eine Einwilligung geben? Wieso kann man nicht die Bilder veröffentlichen? Und das ist eigentlich schon merkwürdig, oder? Ja, aber das ist auch mit dem Kindergarten. Da steht nirgendwo in einem Gesetz, dass das ein Kindergarten zu machen hat. Sondern das ist, meiner Meinung nach ist das ja auch so ein Ding, so eher Ethik oder wie geht man miteinander um ein gesellschaftliches Thema. Das hat sich irgendwann mal so durchgesetzt, weil jedem klar ist, dass man jetzt Bilder von kleinen Kindern, die da im Sandkasten planschen, spielen, machen, vielleicht auch mal hier ein bisschen halbnackig im Schwimmbad rumtollen oder was auch immer machen, dass sowas auf einer öffentlichen Webseite nichts zu suchen hat. Typisches Thema bei Kindergärten ist ja, Eltern geschieden, Vater hat kein Besuchsrecht oder Mutter hat kein Besuchsrecht, darf das Kind nicht sehen. Die wissen vielleicht gar nicht, wo das Kind ist, also in welchem Kindergarten es angemeldet ist. Und jetzt forschen die, durchforsten halt im Prinzip, dank KI ist das ja heutzutage auch gar kein Krisenthema mehr, bildermäßig im Internet, wo könnte das Kind in welchem Kindergarten sein und kriegen dann im Prinzip positive Rückmeldungen und sehen das. Oder was übler ist, dann irgendwelche Pädophilen sich dann halt Kinder da raussuchen und gucken, wie komme ich an die ran oder so. Das ist so der Hintergrund, aber da ist es jedem klar. Da denkt man drüber nach. Meiner Meinung nach muss das nicht in einem Gesetz drin stehen, dass das genau so und so zu tun hat. Natürlich nicht, aber ich meine, es steht ja schon in den Gesetzen drin, ja. Und die Eltern sind halt jetzt einfach die Vertreter von den Kindern, dass die die Urheberrechte, beziehungsweise warum seht ihr, habe ich euch richtig verstanden, ihr seht das eigentlich nicht als Datenschutzthema an. Doch, das ist schon auch ein Datenschutzthema. Weil ich, weil ich persönlich sehe natürlich schon meine Daten, ein Persönlichkeitsrecht, wenn von mir ein Foto veröffentlicht wird, dann habe ich euch falsch verstanden. Also zum Thema her, ja und nein. Und zwar, es ist jetzt nicht direkt im Datenschutzgesetz geregelt. Also wenn ich von der juristischen Seite komme, sage ich, ich gucke jetzt da nicht nach Datenschutz, sondern ich gucke nach Recht am eigenen Bild. Wenn wir jetzt von der Ethik hergehen, wo wir ja auch schon mal was erklärt haben, es geht um Persönlichkeitsrecht, weil das Wort Datenschutz ist ja schon mal sowieso falsch assoziiert in den meisten Fällen. Also von daher, ja, es ist ein Persönlichkeitsrechtsthema. Zu dem gehören viele Aspekte und es geht auch nicht nur Recht am eigenen Bild, es geht auch in Bankgeheimnis, ist dann eventuell auch ein Datenschutzthema, auch wenn es mit Datenschutzrecht direkt nichts zu tun hat, weil es quasi ganz woanders geregelt ist, aber von daher ja und nein. Sollten wir nicht vielleicht einfach hier eine Revolution anstoßen und dafür sorgen, dass ein Gesetz für die Persönlichkeitsrechte eingeführt wird und nicht Datenschutz und so weiter? Naja, zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Also das steht im Grundgesetz, aber das Thema ist glaube ich irgendwie ein bisschen missverständlich. Also Datenschutz macht sich nicht am Datenschutzgesetz fest, sondern Datenschutz findest du überall. Also das Persönlichkeitsrecht und alles, was damit zu tun hat, gibt es in ganz vielen Gesetzen was zum Datenschutz und auch zum Persönlichkeitsrecht. Das Thema, was hier ein bisschen falsch rüberkommt, ist nur, weil es nicht in der Datenschutzgrundverordnung explizit drinsteht, ist es deswegen kein oder ist es deswegen nicht ein Nicht-Datenschutzthema, sondern es ist auf jeden Fall ein Datenschutzthema. Ein Datenschutz, der muss ja auch nicht nur in die DSGVO gucken, der muss ja in allen möglichen Gesetzen sein. Mehrere Tausend, ja. Und das ist dann, macht die ganze Sache nicht einfacher, so ein bisschen wie Steuerrecht, ja, Hauptsache schön kompliziert so. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich, je nachdem, das ein oder andere Spezialgesetz, also wo es jedem einläuft, wo es jeder schon mal mitgekriegt hat, so Sozialgesetzbücher, Band 1 bis, was sind 10 glaube ich, 11 sogar. Und da gibt es auch nochmal was zum Datenschutz speziell, wo es dann darum geht, wie geht man in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort, dann auch mit Datenschutz oder mit deiner Sozialversicherung, was dürfen die erfassen, was dürfen die nicht erfassen. Das findest du halt nicht in dem Bundesdatenschutzgesetz, sondern das findest du halt da. Ja, natürlich, klar. Also deswegen nochmal, um das klarzustellen, die Aussage, wo es auch auf dich sich bezieht, heißt, das hat jetzt mit der DSGVO nichts zu tun, wenn ich das sage, dann meine ich damit, war auch vorher schon so. Die DSGVO ist quasi so das Auffangbecken oder die Grundregelung, die wurde jetzt verändert, modernisiert, veraggemeinert, heißt aber jetzt nicht, dass die Regelungen dadurch neu sind, weil die etwa 1000 europaweiten Gesetze, die davon abhängen, die werden in den Details auch angepasst, aber das sind die eigentlichen Regelungen, die sozusagen da relevant werden und das ist jetzt nicht alles, weil eine DSGVO da ist, sondern es war in der Regel schon vorher da. Gab es da nicht so ein schönes Wort auch für solche Gesetze, die alles auffangen, was nicht woanders geregelt hat? Ich kann es mir nie merken. Nicht? Nee. Da muss der Klaus jetzt wieder ran, weil Sublimation… Nee, Substitution. Substitution, genau. Substitutionsgesetz. Substitutionsgesetz. Es wird substituiert. Aber das werden wir, glaube ich, noch eine ganze Langeweile so mitbekommen, die nächste Zeit, so dieses, die Datenschutzgrundverordnung wird sehr viel hergenommen, so als, da können wir jetzt draufschlagen, die hat eh keiner verstanden und dann ist die dann halt dran schuld. Ich fand sehr, also auch jetzt am Rande noch, aber ich denke, das passt da auch nochmal ganz gut, war heute auch in Heise drin. Die haben eine Umfrage, irgendjemand hat eine Umfrage gemacht, ich weiß jetzt nicht speziell Heise, aber irgendjemand hat eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass die Mehrheit der Deutschen sich nicht besser fühlen mit der Datenschutzgrundverordnung, also eher nicht sehen, dass da jetzt der Datenschutz besser geworden wäre mit und so. Das meiner Meinung nach, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das schlicht und ergreifend da draußen ganz, ganz schräg angekommen ist. Also Datenschutzgrundverordnung dadurch auch, dass sie ständig so herhalten muss für alles Schlechte, die Welt geht unter, viele haben die nicht verstanden. Also auch, dass es im Prinzip eigentlich um modernen Datenschutz geht, ja. Tja, vielleicht sollten wir einfach mal das heutige Datum erwähnen und wie lange diese Grundverordnung bereits in Kraft ist. Lieber nicht, weil unser Klaus das jetzt nicht so schnell veröffentlicht, okay. Nein, aber ich meine einfach nur, es ist jetzt eine… Plus vier Monate draufliegen. Nee, nee, ich denke, man sollte ja schon wissen, wann das hier aufgenommen ist. Also die Datenschutzgrundverordnung ist noch nicht mal einen Monat alt. Und ich denke, bis wir hier wirklich… Nee, alt ist sie schon über zwei Jahre. In Kraft, in Kraft, entschuldigt Leute. In Kraft ist es seit über zwei Jahren. Und was ist es seit 25. Mai? Es sind alle Übergangsfristen abgelaufen. Okay, also, aber… Aber jetzt gilt sie. Nee, die galt schon vorher. Ja, aber für… Jungs! Der Klaus. Ja. Immer der Klaus. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, bis wir hier praktisch etwas merken, sagen, da muss es zu irgendwelchen Problemen kommen, da muss es zu Gerichtsverfahren kommen. Und erst dann kommt es so in den Fokus der Öffentlichkeit, dass man wirklich merkt, Leute, hier hat sich was verändert. Aber ich finde, also grundsätzlich bin ich bei dir, ja, es wird noch eine ganze Menge passieren. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass das irgendwann mal auch zu vernünftigen Maßnahmen und so führt. Aber ich finde, man merkt auch jetzt schon, dass es was verändert. Nämlich genau, und das finde ich eigentlich ganz gut, nur muss man das ein bisschen positiver machen, nämlich diese Diskussion hat ja nichts Schlechtes, dass endlich mal Datenschutz wieder irgendwie so ein bisschen in der Diskussion ist und auch ein bisschen besser diskutiert werden könnte oder kann. Teilweise wird das ja auch gemacht. Nicht so der Hemmschuh und das geht alles nicht, sondern tatsächlich mal, warum macht man das? Also gerade hier, was hatte ich heute? Das war auch ein Artikel, da ging es darum, was denn alles Gutes eigentlich an der Datenschutzgrundverordnung jetzt so zu erwarten ist, ja, was da auch rüberkommen kann. Bei Digital Courage, glaube ich, war es, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber finde ich ganz gut, einfach nochmal darüber nachzudenken, dann wirklich mal mit ein bisschen Abstand da drauf zu gehen und zu sagen, okay, pass auf, das ist damit gemeint, so werden bestimmte Sachen umgesetzt, so kann man damit umgehen. Das hat letztendlich schon auch was Positives. Also ich würde sagen, ich wollte nochmal ein bisschen so zusammenfassen, weil wir haben jetzt viel darüber diskutiert, sehr kontrovers. Was hat die Hörerin jetzt davon? Haben wir jetzt nicht mehr verwirrt? Nee, ich wollte nochmal kurz bringen quasi, was ist eigentlich die Rechtslage? Nur mal auf den Punkt bringen. Also ein Punkt war, wir haben es zwar erklärt, aber noch nicht benannt, falls es jemanden interessiert, Fotografie, Recht am eigenen Bild, Kunst- und Urheberrechtsgesetz. Stammt von 1907. Also wer jetzt sagt, das wäre neu, der ist jetzt ein paar Tage zu spät dran. Das sind jetzt wie viele? 111? 111 Jahre. Seit 111 Jahren so geregelt und an der Regelung wurde nichts verändert. Das stimmt so nicht. Ja, okay, das wurde schon mal verändert, aber ich sage, das Prinzip kennt man und grob gesagt, Privataufnahmen vom persönlichen Bereich, kein Thema, da spielt es nicht rein. Wenn du Kunst- und Urheberrecht irgendwie beruflich mitzutun hast, dann musst du in das Gesetz reingucken. Ist aber auch relativ frei definiert. Also dieser typische Fotograf am Brandenburger Tor, der das Brandenburger Tor aufnimmt, muss das nicht nachts machen, wenn kein Mensch da ist, sondern das kann der weiterhin machen und kann das auch weiterhin führen. Und da gibt es das Thema, es ist künstlerische Zwecke. Also ins Urheberrecht möchte ich jetzt nicht abgleiten, sondern dort ist es geregelt und es ist auch dann in der DSGVO geregelt, die dann auch ein paar Sachen hat. Da gibt es auch Erwägungsgründe, wo genau diese Dinge auch beschrieben sind. Das heißt, man kann das dann einfacher nachlegen. Und bevor wir jetzt dann nochmal uns nächstes Mal korrigieren wollen, noch eine Ergänzung zu der Diskussion, die da heute Morgen über Twitter ging mit dem Artikel 13. Also ein Ding, also das war das zumindest, was jetzt nicht falsch interpretiert war, dass es eine Argumentationslinie gibt, dass die Änderung des Urheberrechts, dass quasi automatisierte Uploadfilter genutzt werden, dann der DSGVO widersprechen würde, die nämlich sagt, du darfst letztendlich keine Maschine über einen Menschen entscheiden lassen. Also das ist eine der Argumentationsketten. Allerdings geht das in solchen Medien dann sehr schnell schief. Jetzt nur nicht, damit die wieder uns alle berichtigen, ihr habt das nicht richtig gelesen. Es kommt darauf an, welchen Text man liest. Und da ist ganz viel schief gegangen. Und zum Praxisbeispiel nochmal mit der Einwilligung. Ich würde in der Praxis das ganz anders machen. Ich würde da jetzt nicht sagen, ich gebe jetzt eine Liste rum und lasse die unterschreiben mit einer Einwilligung, weil da läuft man ganz genau in die Falle rein, was ist, wenn da einer zurückzieht. Weil das musst du dann definitiv umsetzen. Warum macht man da nicht eine Information draus? Also sozusagen die Leute informieren, hallo Leute, da gibt es jetzt Aufnahmen, die werden veröffentlicht. Und wir halten uns da an die Regeln. Und deswegen wollen wir euch jetzt informieren. Ich will mal ein schönes Beispiel bringen, was so in der Praxis eigentlich immer ganz gut funktioniert, ist ganz bestimmte Merkmalen festmachen, wann Fotos gemacht werden in so einem großen Kontext. Also sprich, wenn der Fotograf da unterwegs ist, den erkennt man, den markiert man irgendwie, dann macht man hier, kriegt halt einen Zippelhut auf oder keine Ahnung was, kann man sich alles Mögliche einstellen. Der hat ein Foto dabei. Ja, nee, aber dass du halt mitbekommst, hey, der macht jetzt Fotos. Und wenn ich dann mit der Einversteine bin, da auf so einem Foto draufstehen, dann drehe ich mich weg oder gehe. Oder macht bestimmte Bereiche, die nicht fotografiert werden. Also was weiß ich. Toiletten. Ja, Toiletten sowieso. Aber jetzt was weiß ich, dass man sagt, na ja, hier in dem Bereich, wenn du dich da aufhältst, ist es sicher, dass da auch keine Bilder gemacht werden. Oder eben, du machst zu bestimmten Zeiten. Also dass du sagst, zur vollen Stunde, die ersten fünf Minuten oder so irgendwas. Oder vor 22 Uhr. Kann man sich alles Mögliche einfallen. Das kommt ja auch ein bisschen auf die Veranstaltung an. Aber da gibt es schon auch Möglichkeiten, wie man das ganz gut regelt. Ja, geht einfach. Und informieren ist das Thema. Die Leute erklären, was Sache ist. Ja, klar. Aber es ging ja jetzt vor allen Dingen um die Sportler, die an dieser Sportveranstaltung teilnehmen. Und die können sich nicht wegdrehen. Die sehen das vermutlich auch nicht. Ja, ist schon klar. Aber bei denen kannst du ja das genauso machen. Ja, dass du sagst, die müssen halt Einwilligung abgeben. Ja, jetzt aber nochmal die spannende Frage. Ich meine, eigentlich sind wir ja mit dem Thema erstmal durch. Könnte man das jetzt als Berufsverbot für zum Beispiel Bundesligaspieler ansehen, die eben sagen, nee, ich will das nicht unterschreiben? Beziehungsweise ab wann kann man sagen, da steht jemand so in der Öffentlichkeit, dass er damit rechnen muss? Ist das ab der Landesliga oder ab wann ist das? Und welche Bundesliga meinst du jetzt? Die Triathlon-Bundesliga? Du bist ein Idiot. Ich redete, ich sprach von Fußball. Nee, du sprachst von Bundesliga. Nein, ich habe am Anfang von Fußball gesprochen. Wenn deine kognitiven Fähigkeiten ich dachte, ich habe von Kriathlon diese 20 Minuten, das hier zu behalten. Nee, jetzt nochmal ganz kurz. Also irgendeiner sagt, er möchte nicht mehr fotografiert werden. Das ist ja de facto, funktioniert das nicht bei einem Fußballspieler. Punkt aus. Müssen wir ja in der Praxis mal ganz klar sehen. Ist das nicht quasi ein Hindernis, dass er seinen Beruf ausbilden kann? Ein Hindernis für seine Berufsausübung sein, aber es ist definitiv kein Berufsverbot. Ein Berufsverbot ist anders. Ja, er kriegt halt keinen Job mehr, wenn er das nicht einwilligt. Ja, aber ich weiß nicht, wo das Problem ist, weil das ist genau das, was wir am Anfang mal so kurz hatten. Da ist halt jemand im öffentlichen Interesse und damit verdient er hier letztendlich auch sein Geld. Er kann ja kein Fußball spielen, ohne dass einer zuguckt. Ja, und das hat Bilder gemacht, und das war schon immer so. Das Geld würde ich auch gerne mal verdienen, ja. Wenn wir jetzt auch von den Fußball, von den Liga gehen, Du hast doch gar keine Ahnung von Fußball, komm. Ja, Logo. Das ist doch das mit dem Tischdrehschläger, oder? Genau. Und die sind dann quasi eine Person des öffentlichen Interesses. Also das kannst du definitiv schon an Ligen festmachen, weil bei Politikern ist es ja auch so, ist das ein Berufsverbot für die Bundeskanzlerin, weil die jetzt nicht mehr fotografiert werden will? Wäre dieselbe Diskussion, also von daher sehr mühsam. Und da gibt es eben Rechtsprechung. deren Detail sich jetzt nicht irgendwie erklären möchte. Das sind übrigens keine Tischtennisschläger. Das sind Paddel, mit denen die sich um den Kopf haben. Das nennt man Spanking, und das waren andere Abzeiten. Okay, in diesem Sinne, denke ich mir, ja. Haben wir was vergessen? Ja, Klaus mit dem roten Hintern, alles klar. Ne, ja, sicher haben wir was verhindert. Aber ist ja egal. Weil wir haben es ja vergessen. Genau, von daher, sag mal, ist dein Sprung in deinem iPad? Ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen wesen sie die Gesetzgebung und Fragen ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt. Kompluss Untertitelung des ZDF, 2020